In der heutigen Gesellschaft legen viele Menschen groeien Wert auf ein strahlend Vayaes Latschellen. Vayae Zetani gelten als Symbol F A ein Viertel R Gesundheit, Schaneit und Selbstbewusstsein. Doch nicht jeder ist mit von Natur aus Vayaen Zetaninen gesegnet. Klar ein Viertel glicherweise gibt es heutzutage zahlreiche Magglichkeiten, die Zetani aufzuhellen und ein strahlendes Latschellen zu erlangen. In diesem Video werden wir uns mit professioneller Zahnaufhellung befassen, einschlieeilig der verschiedenen Techniken und den Ergebnissen, die damit erzielt werden kannen. 1. Warum werfarben sich unsere Zetani? Bevor wir uns mit den verschiedenen Techniken zur Zahnaufhellung befassen, ist es wichtig zu verstehen, warum sich unsere Zetani mit der Zeit werfarben. Es gibt viele Faktoren, die dazu F A ein Viertel Renn kannen, dass die Zetani ihre nata einviertelrische Vayae Farbe verlieren. Zu den haufigsten Ursachen gehören der Konsum von koffeinhaltigen Getrainkin wie Kaffee und Tee, das Rauchen, bestimmte Medikamente, die nata einviertelrische Alterung des Zahnschmelzes und die Genetik. Wenn die Zetani anfangen zu werfarben, kann dies das Selbstbewusstsein beeinträchtigen und zu einem ungla einviertelglichen Latschellen F A ein Viertel Renn. 2. Professionelle Zahnaufhellungstechniken Gla einviertelglicherweise gibt es viele professionelle Zahnaufhellungstechniken, die effektiv und sicher sind. Zu den beliebtesten Methoden gehören das Bleaching beim Zahnarzt, das Auftragen von Bleaching-Gelen zu Hause und die Verwendung von speziellen Zahnpasten und Mundspareinviertelungen. Beim Bleaching beim Zahnarzt wird ein hochkonzentriertes Bleichmittel auf die Zetani aufgetragen und mit einer speziellen Lampe aktiviert. Diese Methode liefert in der Regel schnell sichtbare Ergebnisse und kann auch hartnackige Werfarbungen entfernen. Das Auftragen von Bleaching-Gelen zu Hause erfordert eine regelmaarige Anwendung A ein Viertel BER einen Laniern-Zeitraum, liefert jedoch einlich gute Ergebnisse. Es ist wichtig, sich vor der Anwendung professionell beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Methode FA ein Viertel eher die eigenen Zahni geeignet ist. 3. Die Ergebnisse der professionellen Zahnaufhellung Die Ergebnisse der professionellen Zahnaufhellung kann ihn je nach Methode und individueller Ausgangssituation variieren. In der Regel kann ihn die Zahni um mehrere Nuancen aufgehellt werden, was zu einem deutlich strahlenderen Latschellen FA ein Viertel HRT. Durch regelmaarige Pflege und den Verzicht auf stark FA-rende Substanzen kann ihn die Ergebnisse lange Zeit erhalten bleiben. Es ist jedoch zu beachten, dass die Zahnaufhellung nicht dauerhaft ist und regelmaarige Auffrischungen erforderlich sein kann ihn, um die gewahr ein Viertel endste Wirkung aufrecht zu erhalten. Fazit Professionelle Zahnaufhellung ist eine effektive Methode, um Werfer-RBT-Zahni aufzuhellen und ein strahlendes Latschellen zu erlangen. Indem man sich FA ein Viertel eher eine der verschiedenen Techniken entscheidet und regelmaarige Pflege betreibt, kann in Langanhaltende Ergebnisse erzielt werden. Es ist wichtig, sich vor der Anwendung professionell beraten zu lassen und die individuelle Situation zu Behrer ein Viertel gesichtigen. Ein strahlend Weihais Latschellen kann das Selbstbewusstsein starken und zu mehr Lebensfreude FA ein Viertel rennen. Garnieren Sie sich also etwas Gutes und investieren Sie in Ihre Zahni und Ihr Latschellen.